Bei Cardano scheint wieder Feuer drin zu sein. Wir wollen uns heute mal die Frage stellen, ob dieses Projekt vielleicht doch zu den ganz großen Gewinnern in diesem Zyklus gehört. Dafür gucken wir uns ein paar richtig vielversprechende, krasse News an. Wir gucken aufs Ecosystem und ganz zum Schluss gucken wir auch noch auf den Chart, weil der sieht momentan sehr, sehr bullisch aus. Herzlich willkommen hier wieder bei Hallo Crypto. Wir wollen uns mal wieder mit Cardano auseinandersetzen, denn im Moment passiert da gerade eine ganze, ganze Menge, vor allen Dingen im Chart. Da wollen wir ganz zum Schluss hingucken. Ich habe einen Hammerindikator, der wirklich ziemlich bullisch ist, also bleibt unbedingt dran. Außerdem gucken wir auf ein paar richtig krasse News und die große Frage stellt sich, Cardano vielleicht doch zu den Mund? Ich werde später darauf eingehen, was ich genau damit meine. Außerdem werde ich auf ein paar Token bei Cardano eingehen, weil da passiert auch eine ganze Menge. Wir wollen einen Blick aufs Ecosystem richten. Wenn euch das gefällt und ihr ein Herz für Krypto habt und vielleicht auch für Cardano, dann gebt doch bitte ein Like. Schreibt einen Kommentar drunter, was ihr Cardano in diesem Zyklus zutraut, was eure Meinung ist zu diesem Projekt. Wie immer ist das alles keine Finanzberatung und jetzt wollen wir mal starten mit diesem eher bullischen Video, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, es fällt mir schwer, gerade negativ zu sein bei Cardano. Die letzten Monate waren ja wirklich ziemlich hart. Das Projekt hat unterperformt. Ziemlich viele Konkurrenten sind vorbeigezogen, aber jetzt erstmalig haben wir wieder ein positives Sentiment bei Cardano. Und das nicht nur bei den Wahlen, das nicht nur bei den großen Investoren, sondern jetzt auch bei den Retailern. Market Profit, dem ist das auch aufgefallen und deswegen hat er hier auch geschrieben, wir haben jetzt langsam wieder ein bisschen die Zunge von diesem Tacho im grünen Bereich. Das ist super. Außerdem ist auch diese Woche eine Sache passiert, die Bulle stimmen lässt. Cardano ist zurück in den Top Ten. Das ist eigentlich so ein bisschen das, wo viele Cardano-Erhänger sagen, da gehört Cardano hin. Cardano war lange in den Top Ten gewesen, ist dann aber vor einem Monat rausgefallen gegen Tron. Aber jetzt ist Cardano wieder zurück. Und ich habe ja vor zwei, drei Wochen ein Video zu Cardano gemacht. Da ging es vor allen Dingen um die Demokratisierung bei Cardano. Da könnt ihr gerne mal reingucken hier oben. Da habe ich aber auch über den Chart geredet und da wollen wir ganz kurz mal drauf gucken. Ich werde später noch ganz, ganz intensiv auf den Chart eingehen. Aber ich habe im letzten Video diese Trendlinie nach unten gezogen und ihr seht, da waren wir ungefähr hier gewesen. Da sind wir jetzt ganz, ganz klar ausgebrochen. Es ist auch ziemlich egal, wie man die Trendlinie legt. Man hätte sie auch hier anlegen können, dann geht sie hier runter. Auch da haben wir den Ausbruch. Also Freunde, ihr seht, der Ausbruch scheint fast geschafft zu sein. Warum wir noch nicht ganz über der Ziellinie sind für einen richtigen Bullenrun. Darüber werden wir dann zum Schluss reden. Aber jetzt geht es los mit News. Wir haben nämlich echt krasse News. Und jetzt mal diese Frage zu Sumun. Was meine ich damit bei Cardano? Cardano ist ja tatsächlich bekannt dafür, dass es eine sehr, sehr sichere Blockchain ist. Nie ausgefallen, die Transaktionen gehen alle durch. Es ist nicht die schnellste, weder in den Transaktionen noch in der Art und Weise, wie die Projekte ausgerollt werden. Aber, und das ist doch mal wirklich eine krasse Nachricht, Cardano hat sich vorgestellt und bei der NASA hat einen Workshop gehalten. Und ich sage mal so, wenn solche krassen Firmen, NASA ist ja ja keine Firma mehr, NASA ist ja eine richtig krasse Institution. Da fliegen Raketen tatsächlich to the moon. Wenn die sich mit Cardano auseinandersetzen, dann bedeutet das, dass da Interesse ist. Aber das ist nicht nur bei der NASA so. Auch Argentinien will sich mehr informieren. Hier gibt es eine Partnerschaft zwischen dem Bundesstaat Entre Rios und der Cardano Foundation. Das sind wirklich Big Player. Das ist nicht irgendwie so eine kleine Gaming-Klitsche, die mit Cardano perspektivisch zusammenarbeiten wollen, sondern das sind Staaten. Das sind Raumfahrtinstitutionen. Man könnte diese Liste jetzt beliebig weitermachen. Ethiopian Government arbeitet mit Cardano zusammen. New Balance, die Schuhmarke, die jetzt sich vorgenommen hat, die Echtheit der Schuhe auf der Blockchain von Cardano zu verifizieren. Chainlink, klar, größter Oracle, arbeitet auch mit Cardano zusammen. Dish Network, ein großer, großer Partner, der im Telekommunikationssektor arbeitet. PWC, PricewaterhouseCoopers, das ist ein Kommunorat. Ich glaube, die haben 150 Firmen unter sich. Ein Riesenplayer in ihrem Sektor, bieten verschiedene Dienstleistungen an. Es scheint diesen Firmen wichtig zu sein, mit einem Blockchain-Projekt zusammenarbeiten, auf das man sich verlassen kann. Große, große Namen und das sind nur fünf. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und was ich spannend finde bei Cardano ist, dass es sich bei den Partnerschaften hier wirklich um große Player handelt. Ein weiterer Punkt betrifft die Interoperabilität von Cardano zu anderen Blockchains. Super, super wichtig, weil Cardano hatte in der Vergangenheit immer so ein bisschen das Label gehabt, ein Insel-Dasein zu hegen. Man hatte nicht genug Bridges zu anderen Blockchains, aber da ändert sich momentan auch eine ganze Menge. Es gibt eine Partnerschaft zu Polkadot, neuerdings auch zu Silica, einer Blockchain, die zwar noch knapp so in den Top 200 drin ist, also nicht wirklich groß. Aber immerhin sind das Schritte in Richtung Interoperabilität. Aber viel, viel wichtiger finde ich jetzt die Neuigkeit, dass man neuerdings auch mit einer Metamask-Wallet Cardano-Token kaufen, swappen, NFTs von Cardano erhalten kann. Das bedeutet, man muss jetzt nicht extra eine Cardano-Wallet installieren, sondern kann seine Metamask-Wallet nutzen, um aktiv zu werden im Cardano-Ecosystem. Man kann sogar seine Adas staken, man kann eigentlich praktisch alles machen, was man auch mit einer Cardano-Wallet machen kann. Das ist alles dank dem Team von Neufi. Das ist eigentlich eine Multi-Chain-Wallet. Die haben jetzt von dem neuen Produkt von Metamask-Snap-Gebrauch gemacht. Das kann uns alles egal sein. Wichtig ist einfach, man muss jetzt nicht unbedingt eine Cardano-Wallet haben. Man kann auch Metamask nutzen. Super wichtiger Schritt in Bezug auf Interoperabilität. Und noch viel krasser finde ich ehrlich gesagt, dass jetzt auch Bitcoin und Cardano immer mehr zusammenwachsen, die beiden Ecosystems. Beide basieren ja auf dem UTXO-Account-Model. Das heißt, da gibt es rein technisch auch schon die Möglichkeit der Interoperabilität. Und was jetzt hier gelungen ist, einem Programmierer von Fluid, das ist tatsächlich, dass man mit einer Adresse von Bitcoin auf das Netzwerk von Cardano zugreifen kann. Man kann bestimmte Smart Contracts signen von Bitcoin aus. Auch das ist ein Schritt in Richtung Interoperabilität. Das bedeutet noch nicht, dass man einfach Adas rüberschicken kann in eine Wallet von Bitcoin. Es ist auch ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder einen großen, großen Schritt näher sind in Bezug auf Interoperabilität. Und die große Version von Charles Hoskinson ist ja, dass Kryptoland nachher einfach ein riesengroßes Gezweige ist von verschiedenen Schienen, die die ganzen verschiedenen Blockchains miteinander verbinden, dass man zum Schluss als End-User gar nicht mehr merkt, auf welcher Blockchain man sich befindet. Momentan sind das natürlich noch alles einzelne Projekte, aber es werden immer mehr Brücken gebildet. Und jetzt gibt es hier auch die Brücke zu Metamask und auch zu Bitcoin. Wir wollen jetzt sofort aber auch aufs Ecosystem gucken, weil da passiert auch was. Bei Cardano war es in der Vergangenheit so gewesen, dass diese Chain so ein bisschen von den großen Exchangern, aber auch von den Trackern wie zum Beispiel CoinMarketCap ignoriert worden ist. Viele Projekte, viele Token sind nicht gelistet worden und da scheint es jetzt eine Trendwende zu geben und das ist auf jeden Fall super. Hier haben wir jetzt gerade Dedium, das ist ein Projekt auf Cardano, das kann man so ein bisschen vergleichen mit Render, ein dezentrales Computing-Netzwerk und das ist nach einem Jahr der erste Cardano-Token, der erste CNT, der von CoinMarketCap gelistet worden ist. Ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gefragt in den letzten Monaten, warum findet man Token von Cardano nicht auf den Trackern wie CoinMarketCap? Warum sind sie auch nicht vertreten auf Exchangern? Weil da wird die Musik gemacht. Die meisten Leute, die sich Token und Projekte kaufen, machen das nicht auf den Dexen. Die machen das in der Regel auf den großen Exchangern und da sehen wir zum Beispiel hier, das ist ein bisschen der Beweis, Iagon auch ein Projekt von Cardano, was gerade auch sehr, sehr spannend ist. Decentralized Storage, haben wir auch mal ein Video drüber gemacht, könnt ihr mal gerne hier oben anwählen. Da gibt es jetzt ein Gerücht, Iagon öffnet sich jetzt den großen Firmen und das Gerücht sagt, dass Iagon jetzt gerade im Gespräch ist mit einer S&P 500 Firma. Wenn das in trockene Tücher geht, dann könnte da eine ganze Menge passieren und jetzt wieder zurück zu den Exchangern. Wir sehen hier an dieser Liste, sehr, sehr schön, die Exchanger, die hier weiß sind, die sind die Alternativen zu den Dexen von Cardano, hier in leicht rosa. Wenn man hier diesen Prozentsatz der Exchanger zusammenzählt, der momentan gehandelt wird, bei Iagon stellvertretend für ein Projekt von Cardano, dann sind es über 80 Prozent. Über 80 Prozent. So, und jetzt braucht man da gar nicht so viel Fantasie, sich zu überlegen, was passiert mit den ganzen Projekten bei Cardano, wenn die auch gelistet werden bei den Exchangern. Weil da geht das Geld über den Tisch und dann haben wir auch tatsächlich Möglichkeit, dass mal so ein Projekt bei Cardano ein 10x, ein 100x macht. Und ich will mit euch zusammen auf die Seite von Taptools gehen, wo man sehr, sehr schön die ganzen Turken und Projekte von Cardano tracken kann. Haben wir auch ein Video dazu gemacht, könnt ihr auch mal anwählen hier oben. Und die momentane Situation bei diesen ganzen Projekten, die tatsächlich in den letzten Monaten eher nach unten gegangen sind, momentan geht es hoch. Wir haben hier die letzten sieben Tage bei den ersten 13 Projekten von Cardano zwischen 7, 10, hier 37 Prozent bei WMT. Das ist auch ein Deepin-Projekt. Der einzige Meme-Coin, der vertreten ist in den Top 13 Snack. Immerhin auch 30 Prozent, aber wir können ganz so runtergehen. Verschiedenste Projekte, meistens aus dem Deepin-Bereich und ganz zum Schluss hier Lenfai. Bisschen zu vergleichen mit Ava auf Ethereum. Jetzt auch 45 Prozent. Ja, also da passiert momentan was, was jetzt auch in der aktuellen Marktphase nicht ganz ungewöhnlich ist. Viele Projekte, viele Token sind gerade im grünen Bereich. Aber bei Cardano ist auffällig, dass, wie gesagt, die meisten Projekte noch nicht auf Exchangern gelistet sind. Zum einen. Und das andere, die Market Cap ist zum Teil bei den Projekten noch sehr, sehr klein. Da reden wir wirklich von Micro Caps. Also hier Lenfai, das ist vergleichend mit dem Projekt Ava von Ethereum ein Lending- und Borrowing-Projekt bei Cardano. Hat gerade mal 8,7 Millionen Dollar. Das ist wirklich, das ist überhaupt nichts. Wenn das mal gelistet werden sollte auf einem großen Exchanger und wenn das gesamte Cardano-Exosystem ein bisschen mehr in den Fokus rückt, dann sind da große, große X-Zahlen durchaus möglich. Also an dieser Stelle keine Anlageberatung. Trotzdem ist es eine riesengroße Chance. Zwei Projekte sind aber auf einem Exchanger gelistet. Das sind Snack und das eben besprochene Iagon. Bei unserem neuen Partner BitGet, wir haben unter dem Video einen Link. Wenn ihr da diese Coins erwerbt, kriegt ihr 20% auf die Fees. Da habt ihr tatsächlich so ein kleines Tor, schon früh an kleine Micro Caps ranzukommen, ohne auf eine Dex gehen zu müssen. Also, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen auflernen können über das Ecosystem von Cardano. Wenn man da auf Tab-Tools ist, dann lasst euch nicht erschlagen von den ganzen verschiedenen Meme-Coins, die dann dauernd durch die Decke gehen. Also jeden Tag gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern ganz reell starten da mindestens 10 verschiedene Meme-Coins. Die könnt ihr eigentlich ignorieren. Ich bleibe immer auf der Hauptansicht geordnet nach Market Cap und da kriegt man ganz guten Überblick. Wir wollen jetzt aber ganz zum Schluss tatsächlich noch mal auf den Chart gucken, weil der sendet Zeichen aus, dass Cardano und mit Cardano dann auch die ganzen Projekte von Cardano ein Upside kriegen und durch die Decke gehen könnten. Wir wollen uns den Chart von Cardano in der 4-Stunden-Ansicht angucken. Hier habe ich eine Trendlinie gezogen, die noch so ein bisschen besser liegt als die Trendlinie, die ich von hier oben gezogen habe, weil wir haben hier erstmal den Widerstand am Anfang des Bullenmarktes sind sie wieder angekommen, sind dann aber durchgebrochen. Dann diente diese Trendlinie als Unterstützung, dann wieder als Widerstand, durch die wir nie mehr durchgebrochen sind. Hier 1, 2, 3, 4, 5 Mal gegengekommen. Aber jetzt ist es passiert. Und wenn man sich das alles mal in der Tagesansicht anguckt, dann sehen wir, dass das jetzt hier 11 saftige grüne Tageskerzen sind. Sie sind zweimal unterbrochen worden von roten Kerzen. Aber im Großen und Ganzen sieht das alles ordentlich aus. Ich liebe ja solche grünen, saftigen Kerzen mit wenig Wig. Das bedeutet, da ist jetzt wirklich Entschlossenheit da. Es geht nach oben. Da wird nicht viel abverkauft, sondern hier die letzten Tage ging es eigentlich immer nach oben bis auf den einen Tag. Das ist schön. Und wir haben tatsächlich jetzt auch in der 1-Tages-Ansicht den 5. Tagesüberschnitt hinter uns gelassen. Sind durch diese Trendlinie durchgebrochen. Und was wir jetzt in Angriff nehmen, sind diese beiden Bereiche. Einmal sehen wir ja von hier oben in blau die 200er Durchschnittslinie. Die sollte jetzt auch noch so ein bisschen runterkommen. Auf die arbeiten wir uns jetzt gerade hin. Und diesen Bereich, den ich hier oben markiert habe, das ist das Fenster, in das wir rein sollten, wo wir uns etablieren sollten. Da wurde viel gehandelt in der Vergangenheit. Da ging es immer hin und her. Und wenn wir weiter zurückgehen, sehen wir auch hier, dass hier viel gehandelt worden ist. Also das ist jetzt der Bereich, den es gilt zu erobern, damit wir dann einen beteren Teil des Bullenzyklus von hier aus diesen Bereich als Sprungchance nehmen können, um dann anzugreifen. Erstmal ein neues Oldtime High vielleicht in Angriff zu nehmen, was diesen Zyklus betrifft. Und wenn wir weiter nach oben rauskrollen, dann sehen wir nämlich, dass der Weg hier nach oben noch ziemlich weit ist. Also das Oldtime High zu erreichen in diesem Zyklus wird ein schwieriges Unterfangen. Aber das ist jetzt alles gerade nicht so wichtig. Wichtig ist gerade, dass wir diese Trendumkehr haben. Und die ist eindeutig da. Das ist alles, was aber noch viel weiter nach oben gehen könnte. Das zeigt uns der nächste Chart. Und das ist sehr, sehr spannend. Da hat ein Twitterer darauf aufmerksam gemacht, mit diesem Tweet hier. Das ist der DZ East. Und was er gesagt hat, ist, wenn wir hier jetzt den Ausbruch sehen sollten, dann sind bis Weihnachten ein Dollar bei Cardano möglich. Was ist das hier auch für ein Chart? Das ist ein ganz spezieller Chart. Und zwar ist es ALA gegen BTC. Also nicht ALA gegen Fiat, nicht gegen Euro, nicht gegen Dollar, sondern gegen BTC. Machen wir nicht oft, aber in diesem Fall ist es tatsächlich mal spannend. Wir sehen hier sehr schön, dass es immer Phasen gab, wo Cardano Bitcoin ausperformt hat. Hier, das war im letzten Bullenmarkt so ein Augenblick, wo Cardano dann Bitcoin davon gezogen ist. Seitdem geht es eigentlich wieder runter. Und Bitcoin baut sehr, sehr viel mehr Stärke auf als Cardano. Auch diese kleine Beule konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass momentan Bitcoin eigentlich der besser performenden Coin ist. Aber wenn wir hier auf den stochastischen RSI gucken, da haben wir in Bezug auf den Chart. Der Chart hier oben bei Cardano geht in Bezug auf Bitcoin runter. Und hier unten beim RSI geht es aber hoch. Das ist eine bullische Divergenz. Das hatten wir hier gehabt. Und wenn diese beiden Punkte aufeinander zulaufen, hatten wir es in der Vergangenheit gehabt. Das war erst einmal, dass wir das so hatten. Danach ging es massiv für Cardano hoch. Und an diesem Punkt sind wir jetzt auch wieder. Also, wir laufen hier hoch im stochastischen RSI. Und hier oben geht es runter im Kurs von Cardano. In der Wochenansicht, je weiter man natürlich rauszoomt, desto stärker ist dann natürlich auch die Aussage. Hier die Woche, das ist schon ein ganz schönes Fund. Und normalerweise ist es so, dass ich diese zulaufende Divergenz auflösen werde, im Sinne von dem Indikator. Der geht nach oben. Und das sollte bedeuten, dass Cardano jetzt kurz davor steht, Bitcoin auszuperformen. Das kann tatsächlich gut passieren. Und wenn wir uns überlegen, dass Cardano im letzten Bullenzyklus nicht nur Bitcoin, sondern auch ganz, ganz viele Mitbewerber, unter anderem auch Solana ausperformt hat, sehr, sehr viele Mitbewerber hinter sich gelassen hat, dann stimmt es doch ziemlich, ziemlich bullisch, muss ich sagen. Also, im Großen und Ganzen ist es jetzt tatsächlich ein sehr, sehr spannender Augenblick. Es ist noch nicht alles gewonnen für Cardano. Auch wenn ich jetzt hier heute sehr, sehr bullisch rüberkomme. Das ist alles momentan eine Momentaufnahme, auch wenn es momentan bullisch aussieht bei Cardano. Entscheidend für mich, für diesen Zyklus ist, dass wir hier durch diese 200. Durchschnittslinie bei Cardano, wenn wir die zurückerobern und uns dann hier etablieren. Wenn wir das geschafft haben, längerfristig und nicht da abprallen, dann könnte es für Cardano tatsächlich noch ein richtig schöner Bullenzyklus werden. Wenn ihr wissen wollt, was sonst noch bei Cardano los ist, ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, die Demokratisierung, die Voltaire-Epoche ist im vollen Gange. Ende des Jahres wird es in Argentinien ein Summit geben bei Cardano. Dann wird über eine neue Konstitution abgestimmt. Hier in diesem Video findet ihr ein paar mehr Informationen. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich sage, trade immer safe und bleibt der Blockchain treu.